So, dann ein wunderschönen guten Abend, mein Name ist Pixellosten und ein herzliches Hallo zu Elke Neues Allaischen nach unserem längeren Weltraumspaziergang immer noch nicht wieder zurück. Und da war der Riccardo schon weg, ja, wir kommen jetzt langsam auch zum Ende entgegen, oder dem Ende entgegen. Ist die Tür geschlossen? Es ist wieder da, es ist wunderbar, scheiße. Notfallsituation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Ja, komm, Gürtenkopf, geh zum Evakuierungspunkt und verpiesel dich. Oh, ja, 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 ja. Und da? Und da? Wieder mitspielen, sonst nicht rennen. Kopp speichern. Ja, ich möchte. Ja, 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 komm. Oh, oh, ich glaube, es hat gerade mitgekriegt, dass wir da waren. Ich nehme mal einen Flammenwerf an die Hand. Ich nehme mal einen Flammenwerf an die Hand. Ich nehme mal einen Flammenwerf an die Hand. Warum sie mittlerweile rennt, das habe ich nicht verstanden. Wir gehen einfach weiter. Nicht ablenken. Du scheiße. Ricardo wurde gehackert. Komm nur her. Ich bring dir eine rüber. Oh man, diese Musik. Ich kann es nämlich jetzt nicht unterscheiden. Ob da irgendwo ein Alien herumläuft oder ob das jetzt von diesem Trommel kommt. Ne? Wo müssen wir überhaupt hin? Finden Sie einen Weg zum Solomons Habitat. Ja, das ist schön. Egal, komm, wir haben gespeichert. Tja, tut mir leid für dich, Ricardo. Tja, tut mir leid für dich, Ricardo. Komm her. Tja, tut mir leid für dich. Aua. Egal, wir laufen. Speichern. Ja, das war ja jetzt natürlich... direkte Konfrontation. Ich habe eigentlich gedacht, so äh... das haut ab, aber... es hat mich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes überrannt. Also ich glaube, wenn ich meinen Puls mehrseits habe, dann würde ich jetzt glaube ich einen Puls von ungefähr 140, 150 haben. Oh, ja, ja. Oh, ja, nein. Egal, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Dann. Dann. Oh, ja. Oh. Ich glaube, ich glaube, ich bin die Kräfte. Ja, nein. Oh, ja, nein. Und ich glaube, dass du sehr gut ist, Ich hab's stattgefunden gehört. Okay, da ist es. Das ist, glaub ich, sauer. So, ich muss weiter. Oh Gott. Ah, wir müssen komplett außen rumlaufen. Wir können ihm ja auch ein Ging laufen und dann einen überbraten. Das drückt's herum. Und dann sehen wir da 50 Klicks. Wenn das Klicks sein sollten. Ich glaube ihn nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es war einfach. Ich kann es nicht sehen. Geh weg! Die direkte Konfiguration ist meistens einfacher. Lauf, lauf, lauf! Alter, ich bin... Nein! Boah ey! Ich habe es gerade stattgefunden gehört. Das macht der ihn fertig, ey! Warten bringt gar nichts. Soll ich irgendwann gelernt haben vom letzten Mal. So, hier ist ein Safe-Stand. Und da läuft was. Ach, scheiße. Leuchtfackel in die Hand. So, stellen Sie den Strom zum Solomons-Habitat. Dann zieht wieder her. Ich möchte aber vorher... Das ist total beschissen. Ist das deine Leuchtfackel? Nein! Hier spielt jemand Spielchen. Ach, Quatsch! Ich bin noch in den Isolation! Und jetzt hocke ich hier im Fahrstuhl und ich hoffe, dass nichts passiert. Wer ist da? Niemand! Entweder ich bin verrückt oder es ist verschwunden. Ja! Weißt du, die Stimme? Mann, ich fühle mich scheiße. Gott, ich hasse es ja. Ich auch. Man kann niemandem trauen. Ich bin auf mich allein gespielt. Bist du Lone Wolf? Ich versuche noch zu speichern. Ich könnte schwören, dass ich was gehört habe. Aber sieh ab! Ich sah aus, als ob man mir einfach so quer kommen könnte. Sie suchen wirklich nach Ärger, wie? Ich schieße sie. Oh mein Gott! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ich habe es auch mal abgespeichert. Was macht er denn jetzt hier? Der Qt muss doch auf mich schießen. Jetzt haben wir natürlich auch die perfekte Aufmerksamkeit von ihm. Was soll das? Na, ich bin eine Fackel. Schnüffel, Schnüffel. Wenn ich jetzt mal einen Motion Tracker ziehe, fängt er an zu piepsen. Dann erwischt es mich. Jetzt sind wir wieder hinten gelaufen. Oh Mann! Jetzt sind wir da hinten gelaufen. Hallo. Oh, jetzt ist er im Stalking-Modus. Stopp, stopp, stopp. Oh, jetzt ist er. Oh, jetzt ist er. Ich habe keine Anwurchen-Modus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Na, bewegt dich um die Kurve, Mann. Ich benutze den Hebel. Nein, ja. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Was ist das denn hier für eine Pfiefe? hab ich da alles voll, 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 voll nutzt ja nix komm, tu mir nur näher okay so, Sebastian? hier, eh, Fehler Code für die Reparatur 185 1 5 6 7 11 3 Stunden Laufkurs und Sass klar, okay 8, 5, 4 jetzt müssen wir uns merken Morgen gemeinsam, da habe ich jetzt keine Zeit zu. Als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair Ende. Das ist eben ganz nah. Steht zumindest 0.01 Klicks drauf. Was fiebst denn hier so aggressiv, das ist eklig. Was fiel? Ich könnte ihm auch eine überbraten. Ich lasse es jetzt nicht drauf ankommen. 1, 8, verdammt. 1, 8, 5. 1, 9, verdammt. Da sind unsere Energiesysteme, starten und dann speichern wir ganz schnell ab. Puh, das ist doch nett. Gleich ein Savepoint nebendran, die zweite. Man weiß zwar, dass man ihm eins überblätten kann, aber ich möchte es nicht drauf ankommen lassen. So, ich muss hin. Wo? Jetzt muss ich den Transit nehmen. Ja, ich glaube, jetzt machen wir am besten mit einer Leuchtfackel. Oh, da hat er. Na? Draußen oder drin? Es muss ganz in der Nähe gewesen sein. Ich habe es nicht mitgekriegt, ich habe nur auf den Tracker gestartet. Ah, es läuft gerade Routine-Gänge. Das hört man Tracker. Oh, jetzt läuft er nach links, nach rechts. Was blöd ist, ich komme jetzt nicht mehr so ansteigt durch die Tür. Dann steht er hier irgendwo. So schnell wie es jetzt ist, jetzt kannst du es jetzt wieder durch die Gänge hetzen. Ah, es tut mir leid. Also wer jetzt sagt, lauf zu, Mann. Komm her. Nein! 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 Oh, manu, manu, manu. Ich hab so einen Strom wieder hingestellt. Puls 155. Es ist ja ganz toll, dass es sich zumindest die Türen hört. Oh, manu, 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 manu. Oh, 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 manu. Oh, manu, manu. Oh, 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 manu, manu. Oh. Was macht denn der? Stubbelt über den rechten Füßen? Boah, jetzt geht doch endlich. Ich habe ihn angezündet. Verdammt. Ja gut, wie das weitergeht, das schwimmen wir mal in der nächsten Folge an. Denk mal, das war doch fast viel zu lange. Ja, falls es euch Spaß gemacht hat, mitzuschauen, wie ich mich gegen das Alien von Ecke zu Ecke wandle. Ja, dann hinterlasst mir ein Like, ansonsten abonniert meinen Channel, wenn ihr vom Laufenden bleiben wollt. Bis dahin, euer Pixel Husten.